Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Journalisten, zur Pressekonferenz vor dem zehnten Spieltag. Wir treten morgen Abend um 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt zum Top-Spiel an. Bei mir ist unser Cheftrainer Markus Kröschel, äh, Markus Kröschel, jetzt war ich bei Eintracht Frankfurt, Jesse Marsch natürlich. Wir haben zufällig über ihn gesprochen vor dieser PK. Das ist Freudian Slip, kennst du diese? Freudian Slip, ich möchte nicht Markus Kröschel als Trainer haben, nein, nein. Aber ich finde Eint ist ein hübsch Junge, ist das okay? Ja, okay, aber als Trainer muss man ja auch nicht nur hübsch sein. Ja, aber naja, ich nehme es ein Kompliment. Okay, ja, okay, gut.